Es ist schön, wieder zu arbeiten, mein erster Arbeitstag wieder nach drei Wochen Urlaub und ich freue mich, wir haben ja viele neue, die kennenzulernen und ich freue mich, dass es jetzt wieder losgeht. Wir haben eine tolle Saison vor der Brust mit internationalen Spielen und es wird spannend und ich freue mich, wieder hier zu sein. Ja, war super. Die Nationalmannschaft war ja immer mein Traum, ein Spiel zu machen, Nationalspieler zu werden. Und das konnte ich mir jetzt im letzten Sommer erfüllen und deswegen war eine tolle Zeit für mich und bin dafür sehr, sehr dankbar. Ich freue mich. Ich freue mich. Vielen Dank.